Ich bin Lützebäuer. Ich bin den 3. März 1973 zu Bonnoveich an der Stadt geboren. Ich habe den Drei zu Nantes studiert. Ich war zu viel Sprachen. Ich bin Politiker. Ich bin Politiker von der Stadt, Lützebäuer. Ich bin viele Sprachen. Zum Beispiel, der Grand-Officier de l'Ordre d'Orange Nassau von Holland, der Kommandeur de la Légion d'Honneur von Frankreich, der Kommandeur de l'Ordre du Mérite von Spöhnien, der Offizier de la Couronne von der Balch, der Offizier de l'Ordre du Mérite von Lützebäuer. Und sie bestätigt mit einem belgischen Architekt am Ehu-Kern-Könner. 10. Dezember 2013, siehnech Premierminister für Lützebäuer. Ich sehe schon. Das sind Tags Go4-Sprecher-Tayot von Languages.au Ich sehe schon. Vielen Dank.